Zusammenkauern, bis die Hände den Boden berühren. Durch Druckausschiebung auf die Arme, mit einem kleinen Sprung die Beine ausstrecken. Die Hände liegen parallel zur Brustmuskulatur. Durch Andrücken der Ellbogen an den Körper und Kraftausschiebung auf den Trizeps und die Brustmuskulatur eine Beugung der Arme durchführen. Wieder aufstehen und gleichzeitig mit einem weiteren kleinen Sprung die Beine wieder zum Körper stellen. Anschließend eine aufrechte Position einnehmen. Sämtliche Phasen dieser Übung müssen so schnell wie möglich wiederholt werden.